Liebe Leute, hey, wir haben eine riesige Überraschung für euch. Ja, was richtig cool ist, was es so noch gar nicht gab von uns zwei. Wir hoffen, es gefällt euch. Du darfst es verraten. Oh Gott, ja, richtig aufgeregt, aber es ist soweit. Wir haben zusammen ein Trommelwebel-Bamm-Wandkalender gemacht. Einen gemeinsamen Kalender von uns beiden für euch. So schön, gut. Alles Dankeschön und wir hoffen, euch gefällt er. Es sind richtig coole Überraschungen drin. Er ist jetzt erhältlich. Ganz viel, alles unveröffentlicht, natürlich. Ab jetzt, es gibt einen Link für die Schweiz und einen für ganz Europa. Also haut in die Tasten, holt euch den Kalender. Wir sind sehr, sehr stolz darauf. Mega, ganz viel Spaß damit. Tschüss.